Ich heiße Charles Morerou. Ich komme aus dem Greerzerland, das bedeutet Bühl im Süden des Kantons Freiburg. Meine Herkunft ist aber im Kanton Waadt und ich wurde in Genf Priester geweiht. Ich bin Dominikaner und ich lebte 15 Jahre in Rom und dann wurde ich als Bischof ernannt und seit fast zwölf Jahren bin ich wieder in der Schweiz. Der Patron der Diözese ist Niklaus von Myra, der vor allem im Kanton Freiburg sehr bekannt und gefeiert ist. Der wichtigste ist vielleicht Franziskus von Salus, der in Genf sehr bekannt ist und nicht nur in Genf, auch in der Welt. Also es gibt vier Kantonen, Freiburg, Genf, Waadt und Neuenburg waren reformierte Kantonen, wo es jetzt eine kleine Mehrheit von Katholikern gibt, aber eine reformierte Kultur. Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche sind ganz anders. Im Kanton Freiburg sind Kirche und Stadt ziemlich zusammen. In Genf und Neuenburg sind Kirche und Staat getrennt, obwohl die Beziehungen gut sind. Vor allem etwas, was vielleicht ziemlich außergewöhnlich ist, ist, dass die Mehrheit der Katholiker der Diözese sind Ausländer. In Genf zwei Drittel, im Waadt 60 Prozent und die Ausländer gehen in die Kirche mehr als die Schweizer. Also die Gemeinschaften, die sehr lebendig sind, Gemeinschaften von Ausländern. Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie katholisch sind und die nicht so gut wissen, was es bedeutet, Christen zu sein. Also wenn man nicht weiß, warum man Christ ist und was es bedeutet, dann hat die Kirche keine große Zukunft. Deshalb spreche ich immer darüber. Dann sehe ich sehr oft die Frage, dass die Leute mir sagen, sie, die Kirche, müssen das tun. Also ich sage, sie sind auch die Kirche. Und es ist auch eine nicht neue, aber große Herausforderung für uns, zu zeigen, dass die Kirche nicht nur das Klerus ist, sondern auch die Laien. Und wenn man sieht, warum man Christ ist, muss man sehen, dass die Kirche nicht nur das Klerus ist. Und das höre ich ziemlich oft. Sie, die Kirche, müssen das tun. Aber sie sind auch die Kirche. Vor einigen Jahren war ich in einem Zug und die Leute im Zug haben mir gesagt, wir gehen zum selben Ort, vielleicht. Ja, zum Begräbnis dieses Priesters. Ah ja, das ist wahr. Und sie haben mir gesagt, wissen Sie, warum wir ihn liebten? Sagen Sie mir. Wir haben immer gesagt, wenn man ihn sieht, sieht man Jesus. Und das ist, was man von der Kirche sagen sollte. Und wir haben auch ziemlich etwas zu tun mit der Hilfe des Heiligen Geistes.